So und damit herzlich willkommen zum zweiten Teil und in diesem Video folgen ein paar Ergänzungen und natürlich auch die Erweiterung 1 zu eurem bereits erworbenen Set, falls ihr euch irgendwas geholt habt in dem Bereich, was ich da empfohlen habe. Und nach dem Intro gibt es jede Menge interessante Tipps für euch. Viel Spaß! Ich hoffe, ihr habt Teil 1 bereits gesehen und wir haben uns ja sozusagen ein Einsteiger-Set zusammengebaut. Schaut euch das bitte nochmal an, denn die Videos bauen so ein bisschen aufeinander auf. Ihr habt im ersten Teil euch ein Set zusammengestellt, je nachdem, was ihr polieren möchtet. Und die Erweiterung 1 und damit fangen wir jetzt an, das ist so das große Hauptthema. Im Anschluss folgen noch so ein paar zusätzliche Punkte. Jetzt aber erstmal die Erweiterung 1. Ihr habt eine Polymaschine gekauft mit einem 150er Stützteller, mit einem 125er Stützteller. Oder ihr habt euch nur eine 75mm Stützteller-Maschine geholt. Oder zum Beispiel bei der Dino jetzt eine 74er, ist im Prinzip dieselbe Art. Und da ist jetzt das erste Erweiterungs-Set eigentlich nur für die Leute, die eine 125er Maschine, 150er oder auch noch andere Stütztellergrößen gekauft haben. Das heißt, wenn ihr eine Maschine mit 125er oder 150er zum Beispiel habt, werdet ihr irgendwann merken, wenn ihr mit den Türen, mit den Dächern, mit der Heckklappe vielleicht noch gut klargekommen seid, das ging halt von der Größe, werdet ihr aber merken, dass zum Beispiel A-Säule, B-Säule, bei manchen Autos auch die C-Säule, bei manchen Autos geht es auch mit einem 125er Teller und einem 130er, 135er Pad, aber bei vielen Autos wird es dann einfach eng mit den Maßen. Und das ist einfach der Grund, warum es auch Poliermaschinen gibt, die etwas kleinere Stützteller haben. Deswegen habe ich es jetzt gerade noch mal erwähnt, alle, die nur eine 75er Maschine nutzen, können da auch schon profitieren. Das heißt, ihr könnt die Bereiche schon mit polieren, habt aber den deutlichen Zeitnachteil bei den Dächern, bei den Motorhauben und so weiter. Da seid ihr halt mit einem 75er Teller und einem 80er Pad zum Beispiel, braucht ihr halt wirklich deutlich länger als mit einer 125er Maschine. Aber wir gehen jetzt mal von dem Fall aus, dass ihr euch eine 125er zum Beispiel oder eine 150er geholt habt. Da wäre jetzt die logische Ergänzung eine Poliermaschine mit 75mm Stützteller. Und da muss man ganz klar sagen, gebe ich euch wieder denselben Tipp, wie auch im ersten Video, für die, die das gleich am Anfang gekauft haben. Also entweder eine Dino 74mm Stützteller oder die S75 Mini von Kraus. Blende ich euch an der Stelle hier auch noch mal ein. Ist im Prinzip genau die gleiche Maschine, die wir auch im ersten Basic Set gehabt haben, aber es kommt immer darauf an, was ihr euch als erstes geholt habt. Dazu benötigt ihr wieder die passenden Pads. Empfehle ich natürlich wieder die ADPL und es liegt einfach daran, dass die preislich einfach unheimlich gut sind und auch von der Qualität her passen. Und es geht ja hier darum, nicht das teuerste Set zusammenzubauen, sondern das Preis-Leistungs-Set, was wirklich meiner Meinung nach echt top geeignet ist. Und da kommen die Pads auf jeden Fall mit rein, ganz klar. Tücher und so weiter solltet ihr ja noch aus dem Basic Set mit dabei haben. Brauchen wir jetzt eigentlich in dem Erweiterungsset nicht, außer, und deswegen gehe ich jetzt Punkt für Punkt mit euch gemeinsam durch, wenn ihr das Dach zum Beispiel poliert habt und die Haube, werdet ihr merken, dass irgendwann die Tücher sich einfach mit Politurresten zugesetzt haben. Deswegen wäre jetzt meine Erweiterung 1, wenn jetzt nochmal so, man muss es persönlich dann für euch einschätzen, wie viel Politur ihr verarbeitet habt, wie lange habt ihr gearbeitet, aber dass ihr sozusagen euer Tuchset noch ein bisschen aufstockt. Ihr könnt natürlich auch im Basic Set euch schon 5, 6, 7, 8 oder 10 Tücher holen. Dann braucht ihr in der ersten Erweiterung natürlich keine weiteren Tücher, aber die meisten von euch, und ich denke mal, so ging es echt den meisten und mir persönlich auch, ich habe dann immer nochmal 5 oder 6 Tücher nachgekauft, einfach weil manche in der Waschmaschine waren, manche waren nicht gewaschen und so weiter. Und dann habe ich polieren wollen und hatte nur noch 2 Tücher und das war halt doof. Deswegen erweitert euer Tuchsortiment noch ein bisschen, das wäre der nächste Tipp. Pads hat man ja, Maschine hat man auch. Und jetzt könnt ihr sozusagen mit der Kombination das Dach perfekt machen. Ihr könnt Heckklappe machen, Motorhaube, Türen, wenn die noch keine extravaganten Formen haben, und ihr könnt jetzt A-, B-, C-Säule machen. Ihr könnt den vertikalen Teil der Heckklappe sehr, sehr gut machen, um das Emblem rum. Ihr könnt an der Stoßstange sehr gut arbeiten. Für alle Flächen, die ein Minimalmaß haben von ungefähr 7,5 cm. Wenn die Flächen kleiner werden, müsst ihr halt aufpassen, weil dann ist sozusagen das Pad deutlich größer als die zu polierende Fläche. Und wenn an der schmalen Fläche vielleicht so eine Kante kommt, schleift ihr die ganze Zeit mit der Padkante an der zweiten Oberfläche. Und darum muss der Weg hier auf jeden Fall breit genug sein, damit ihr mit dem Stützteller bzw. mit dem Pad gut darauf fahren könnt. Mit einem 125er Pad geht das natürlich nicht, weil das Pad viel zu groß ist und es würde dann an der Seite anschlagen oder irgendwo drüber rausragen oder stark auf einer Kante runterreiben, das würde das Pad unnötig belasten. Und deswegen ist die erste Erweiterung sozusagen das 75er Poliermaschinen-Set, was halt nur die Maschine beinhaltet und die passenden Pads. Weil Tücher, Polituren, eine Isopropanol-Mischung und was ihr alles habt, das habt ihr ja alles schon. Das braucht ihr in dem Moment nicht mehr. Und diejenigen unter euch, die halt nur mit einer 75er Maschine polieren, für die ist eigentlich die erste Erweiterung unerheblich, weil ihr habt das im Prinzip schon dabei. Ihr habt aber nur einfach den Zeitnachteil auf großen Oberflächen. Ich hoffe, das war einleuchtend. Und darum ist diese erste Erweiterung auch so ein bisschen in Klammern zu sehen, weil sie einfach nur einen Teil von euch abdeckt, weil ein paar von euch haben schon nur mit einer 75er poliert, weil sie nur die Maschine haben. Deswegen ist es so ein bisschen in Klammern, diese erste Erweiterung. Ihr habt euch vielleicht dieses Set geholt mit zwei blauen Pads, zwei gelben und zwei roten Pads. Wenn ihr merkt, okay, ich will doch länger polieren. Ich habe jetzt ein bisschen Erfahrung gesammelt und kann jetzt auch mehr Zeit investieren, weil ich würde keinem von euch empfehlen, mit zwei Pads acht Stunden durchzupolieren. Die Pads werden komplett fertig sein und sich vielleicht auch auflösen irgendwann, weil die einfach viel zu heiß werden. Und deswegen empfehle ich euch immer noch mal, eure Padsortiment etwas zu erweitern. Und deswegen ist halt ein drittes und ein viertes Pad immer ganz cool angebracht, damit man einfach ein bisschen Ruhe reinkommt. Ist eine Erfahrungssache. Manche polieren auch mit einem Polierpad, aber das dauert halt ewig, weil man es halt ganz oft immer wieder abkühlen lassen muss. So, und jetzt kommen noch ein paar Punkte, die ich mit anfügen möchte. Und zwar haben viele von euch geschrieben, ja, es gibt doch für manche Poliermaschinen noch extra 75 Millimeter Stützteller mit Gegengewichten und so weiter. Das Problem ist aber, es gibt, und darum habe ich extra noch kein Video dazu gemacht, ich wollte es hier mit einbauen, es gibt von Dino Kraftpaket wirklich die Empfehlung, das nicht zu nutzen. Und woran liegt das? Die Produktsicherheit ist einfach nicht mehr gewährleistet. Das heißt, eine Poliermaschine muss ja geprüft werden. Die wird auch auf Sicherheit überprüft. Und wenn ihr an eine Poliermaschine mit einem 125er Stützteller, einen 75 Millimeter Teller ran baut, habt ihr oben diesen Schutz oben drauf. Und das Pad, das 125er, wird dadurch richtig schön abgedeckt. Bei einem 75 Millimeter Stützteller ist der Schutz praktisch immer noch der gleiche, aber der Teller wird immer schmaler. Das heißt, es entsteht zwischen Schutz und Teller hier ein Zwischenraum. Und da kann man sich einklemmen, es kann irgendwas reingezogen werden, Haare oder was auch immer ist einfach so. Und da ist einfach die Produktsicherheit nicht mehr gewährleistet. Das nächste ist, deswegen gibt es auch von Dino Kraftpaket kein 75er Ersatzteller oder optionalen Teller. Es ist einfach von der Produktsicherheit nicht abgenommen. Deswegen frag dich, warum man sowas macht. Und jetzt ist das zweite Grund, selbst mit Gegengewicht ist die mechanische Belastung für das Innenleben der Maschine nicht auf Null gesetzt. Das heißt, es ist immer noch eine erhöhte mechanische Belastung. Und ich möchte das meiner Poliermaschine nicht antun. Vor allem, wenn du wirklich mehrere Stunden damit arbeitest, möchte ich nicht, dass meine Maschine einfach zusätzlich mit so einer Belastung einfach ausgestattet wird. Weil auch selbst mit Gegengewicht ist das für die Maschine und das hat mir auch das Dino Kraftpaket bestätigt, nicht unbedingt gut. Das heißt, ihr belastet eure Maschine einfach zusätzlich falsch. Und das ist einfach der Grund, warum es auch da wieder einfach keinen Zubehördteller gibt. Und warum es extra Maschinen gibt, die darauf ausgelegt sind. Und im Prinzip seid ihr jetzt mit der ersten Erweiterung, wenn ihr euch am Anfang keine 75er geholt habt, sehr gut ausgerüstet. Zusätzliche Maschine, zusätzliche Pads, noch ein paar Tücher, Polituren sollten eigentlich ausreichen. Und das war es eigentlich schon im ersten Erweiterungsset, weil man muss es ja so ein bisschen aufbauen, das ganze Thema. In Teil 3 werden wir uns die Feinheiten anschauen und in Teil 4, den ich jetzt noch geplant habe, werden wir uns das Zubehör anschauen. Das heißt, was brauche ich denn neben Poliermaschine, neben Pads, neben Politur und Tüchern? Was brauche ich denn noch von Zubehör? Was ist nötig? Und was kann ich euch empfehlen, ohne dass ihr jede Menge Geld aus dem Fenster werft, vor allen Dingen am Start? Und ich hoffe, das wird euch gefallen. Wenn ihr Fragen habt zum Thema, schreibt es wieder unter das Video hier drunter. Dann kann ich das im nächsten Video wieder mit einbauen und ich danke euch fürs Zuschauen, wenn Fragen sind, melden. Und ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Video. Euer Sebastian. Ciao. 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 Vielen Dank.